Reihe wahrscheinlich anfangen teilweise, damit ich später mir gegen Ende schon mal die Flasche holen kann, oder das Herzteil. Ich würde eher sagen, kurz belegen, vor dem Tempel, ich glaube, ich hole mir erst mal das Herzteil. Weil die Flasche? Ne, ich will die Flasche. Das ist, glaube ich, ein wenig wichtiger. Denn mit der Mütze, die man bekommt, also Maske, können wir uns letztendlich noch später holen. Also wer das Spiel nicht kennt, ihr habt nichts gehört. Äh, geizigal. Räume. So. Ähm, und wieder zur Fee. Da wollte ich schon von einer halben Stunde hin, aber egal. Ähm, go, go, go. Gott sei Dank. Und ich habe die vier eingesammelt, oder? Habe ich's? Bitte sag, dass ich's hab. Ja. Ich glaube, sie sagt jetzt was anderes, aber ich habe keinen Bock, sie zu synchronisieren. Oder zu sprechen, eher. Äh. Ja, machst du auch mal hinne. Oh, Tayan, du junger Freund. Habt Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die Großfeder Magie. Ach, dasselbe Text. Alles, was ich dir geben kann, ist diese, äh, ist dies. Äh, zeige ich mir der Dankbarkeit, dass ich deine Erschöpfung von dir nehme. Sind wir hier? Ja? Oh, ja. Oh. Wir gucken Link gerade unterm Rock. Und sie will genau wissen, was da ist. Oh, junger Freund. Vier Tempel beherrschen das Land, in ihnen findest du verehrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe kenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Du hast die Feenmaske, drücke C, um die Maske zu tragen, ja. Noch eine Maske, juhu, und die brauchen wir sogar außenweise mal. Besuche mich jederzeit, wenn du die Strapads von der Reise zu schwer auf deinen Schultern lassen, ja. Werde ich eh nie im Leben machen, weil ich lieber irgendwo eine Fehe suche. Stecke ich dann in eine Flasche und, äh, lass die um mich fliegen, damit mir wieder gut wird. Ja, ich hab Hunger. Verdammt. Äh, ja, okay. Machen wir doch schon mal das Dekospiel. Das ist für was sehr viele Leute hassen. Ich hasse es auch, aber... Es ist nicht so schlimm wie das andere da, was ich gar nicht machen kann. Und, schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es, ja. Ja, es ist aber auch knapp bemessen. Das schildet ihr sich jetzt nicht. So. Deko, heinis, nein. Los, redet mit mir. Wie wär's, wird das Kindchen spielen? Es kostet... Ein Spiel kostet zehn Rubine. Ich probier's. Warum nicht? Also gut, benutze diesen Dekoblumen. Viel Spaß. Also, ich muss jetzt vorhin Plattform zu Plattform und die Rubine einsammeln. Schaffst du es innerhalb der aktuellen Westzeit, alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorbei. Äh, vorüber. Der heutige Rekord liegt bei 1,15. Versuche ihn noch kürzer... Ihn noch kürzerer Zeit, alle Rubine anzusammeln. Achso, innen noch kürzerer. Okay. Gut. Schlüpfe in die Dekoblume. Das Spiel beginnt in dem Moment, in dem du herausspringst. Okay. Äh, Minispielmusik. Und... Reiner. Das Spiel ist mehr oder weniger schwer. Es ist auf jeden Fall nervig. Und das war knapp. Am besten immer warten, bis die Dekoblume, in der man gerade ist, ganz oben ist. Oder annähernd so. Und... Bitte? Ja. So. Warten bis ich oben bin. Und direkt zu der da gehen. Äh, ja, fliegen eher. So. Verdammt, die kämen fast gleichzeitig. Äh, bitte, 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 bitte. So. Also es wird von Tag zu Tag und immer schwerer. Ach ja, ich muss ja die Zeit einhalten. Verdammt. Ich habe noch... 10, 20 Sekunden. 10 Sekunden noch. Noch da hinten zu den Rubin. Verdammt! Die Zähle ist abgelaufen, das war's. Nun, das... Nun, das war es wohl. Du kannst es probieren, so oft du willst. Oder besser, solange deine Rubine reichen. Hihi. Ich meine, ich muss den Rekord schaffen. Verdammt! Äh, ich probiere es. Hauptsache, ich schaffe es in der Zeit. Deutere Rekordplichter, ja... 0,02 Sekunden. Das ist doch wohl Verarsche. So. Ist man nicht so lange vorbereiten, lieber auf Risiko. So. So. Nein! Oh. Verdammt! Nur, der muss man gebraucht. So. So. Mach hin und link. Mal fallen lassen. Dann da rüber. So. Boah. Ja, ich hätte gerade kaum etwas, aber... Das kann man ja wohl verstehen, wenn man sich anstrengen muss irgendwo. Und das kompliziert ist. So. Ist nur noch da hinten hin. Ich halte mir nochmal einmal kurz. Hier. Und dann nochmal rüber. Auf die Seite jetzt. Jetzt schaffe ich es aber. Bitte. Ja. Gut, es ist vorbei. Wahrscheinlich Sonderpreis jetzt mehr Rubine oder so noch. Wow, das ist ein neuer Rekord. Ja, ich sage zeitlich. Nimm dies. Für diejenigen, die sich fragen, was ich gerade mache. Ich schlack mir Kraft. Mein Kopf auf den Tisch. 50 Rubine. Boah! Das muss ich mir notieren. Wie war dein Name, Kindchen? Mhm. Link, ein höchst ungewöhnlicher Name für einen Neku. Wie heißt du denn? Schau morgen nochmal rein, falls du es einrichten kannst. Ich hatte schon 99 Rubine und bekomme 50. Ich will eine größere Tasche haben. Verdammt. Oha. Ne, jetzt habe ich schlechte Laune. Lasst mich. Boah. Ich will kein Deku mehr sein. Deku steht eh muss. Das will ich gerade mal überlegen. In der Stadt kann ich... Erstmal Kratix... Ah, Lack. Kann ich Kratix machen. Na doch. Ich kann schon mal... Komm her, mein Deku-Typi. Verzeihung, aber... Bewegt dich! So. Dies ist Privateigentum. Versuche nicht hier in meiner Anwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Nein, ich will dir nur wieder diese scheiß Mondtrainer geben. So. Mein Herr, mein Herr. Ich hörte von einem Stein, den man Mondtrainer nennt. Achso, habe ich ja schon gelesen. Ja, gut. So. Nimm. Ah, dieser Stein muss die mir umgeben. Äh, mir geben. Als gegen das biete ich dir meinen Platz. Ja, habe ich schon gelesen, aber egal. Landurkunde. So. Mach hinne. Ich habe nicht ewig Zeit. Ganz ehrlich. Diese Sache bei dem Typen umspeede ich. So. Hau bloß ab. Bitte das mal was. So. Ähm. Am Waschplatz war ich schon.